So, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft auf dem GroupCraft Server. Ja, wir haben das letzte Mal Diamanten gefunden. Und heute möchte ich kurz noch ein Diamantschwert machen. Heute wollen wir mal ein bisschen bauen. Wir haben ja noch relativ wenig gebaut. Zum einen die Hängerbrücke, zum anderen das Haus. Okay, hier machen wir lieber so eine Stahlbrücke, ja eine Stahlbrücke nicht, aber aus Bohle oder so. Ah, ich weiss nicht, Stahl. Wir haben 64 und 35. Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Dann können wir etwas braten. Ein paar Hühnchen braten. Und... Ja, zuerst kümmern wir uns um die Kühe und Schafe. Haben wir hier irgendwo noch Weizen? Nein, dann gehen wir da runter. So. Ja, hier ist die Kiste mit dem Commendo-Kreative-Items drin. Die will ich jetzt nicht oben haben. Weil ich habe bestimmte Items. Zum Beispiel Bedruck dabei. Das sollte nicht... Oh. Stimmt. Drago nicht vergessen abzumachen. Vor lauter immer Kreativ-Mode sein. Vergiss ich das noch? So, wir haben die die Hacke. Vielleicht da noch ein bisschen mehr fehlt. So. Wir ernten schon mal alles. So. Gut. Ähm. Die Dinge brauchen wir zwar nicht. Da habe ich hier alles... So werde ich es so machen. Und hier den Rest der Kartoffeln. Und dann mal einen größeren Weizengarten. Aber Weizen haben wir glaube ich auch hier drüben gemacht, oder? Ich gehe jetzt mal hier durch. Nicht der Ring, äh, Wingsum. So. Die müssen wir dann noch zumachen und hier einen schönen Durchgang machen. Sodele. Also. Ich mag so halbe Bäume nicht an einem anderen Baum. Kann das nicht Unterschied Ding machen. Hier machen wir dann den Weizengarten. Muss ich noch schauen wie. Wahrscheinlich hier noch ein bisschen rein. Oder hier drüben und das weg. Mal schauen. So ihr Tierchen. Kommt mal her. Sodele. Eins sollte weiß sein. Ich hab grad keinen Knochen mehr dabei. Ähm. Kommt mal rüber die Hunger haben. So. Die zwei. Aber eine Schere habe ich dabei. So. Dankeschön. Für das Zeugs. Ja. Dann beginnen wir mit dem Bauen von hier. Damit die ein bisschen mehr Platz haben. Das sieht nämlich aus. Als würde. Ich die irgendwo in eine. In eine Höhle zwingen. Na dann muss ich mal schauen wie ich das mache. Ich mach's mal so. Wenn wir dann im Neffe gewesen sind. Ähm. Wird's dann besser. Mit dem. Glowstone Lampen machen. Ja hier. Noch ein bisschen weiter. Ja so zum abbauen möchte ich doch schon früher ein bisschen eine bessere Spitzhacke. Mit vor allem Haltbarkeit. Mit dem abbauen Haltbarkeit geht's viel. Wenig schnell kaputt. Also machen wir da mal kurz Pause. Erde hab ich ja nicht dabei. Okay. Haben wir das. Hier ist irgendwo der Eingang. Ah oben ist der Eingang. Gehen wir hier dann nach oben. So und. Mit der Beule können wir dann mal was machen. Soll ich eine rote Brücke bauen. So hier muss ich noch ein bisschen Stein machen. Für hier. Wieder zu. Mal schauen. Gleich. Ähm. Machen wir einen 2x2 Gang dann. Ja. Gehen wir jetzt nach oben wieder. Jetzt auch noch Kohle. Die lass ich aber. Wir haben genug Kohle. So. Ähm. Kohle kommt hier rein. Nahrung hier. Steine haben wir auch hier. Wolle mache ich auch hier rein. Weil es auch Baumaterial ist. Ähm. Wolle. 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 Wolle stein lasse ich mal hier. So. Dafür das Weizen rein. Und die Schere. Die Stein hake nehme ich mal mit. Naja die Schere. Muss ich dann schauen. So. Die kommt hier rein. Das Weizen schwer kann ich mal wegschmeißen. Ja. Ich möchte heute bauen. Und zwar haben wir hier ein bisschen Holz. Das ist gut. Ähm. Das Haus. Ich muss schauen. Ähm. Sollen wir noch ein bisschen grösser machen. Sollen wir noch ein bisschen grösser machen. Schon gut wenn wir das noch ein bisschen grösser machen. Ich mache mal die Dinge hier weg. Ich möchte es aber nicht als Holz machen. Ich will Zukunftshaus haben. Ah. Muss ich das zuerst als Holz bauen bevor wir Material haben. Wir müssen auf die Jagd nach Leben gehen. Also wirklich auf die Jagd. Und ähm. Suchen. So. Also. Ich nehme mal mit. Den Scheiß hier. Den lasse ich hier. Oder ich nehme den mit und lasse das hier. So. Ja die haben wir ein Schwert nehme ich mit. Aber die verzaubte Spitzhack. Wo ist sie? Hier. Die nehme ich jetzt mal nicht mit. Hier hätte ich das Weizen gehabt. Okay. Also ich probiere jetzt mal wieder zu teleportieren in die Farm. Ähm. Home. Farm. Ja. Geht nicht mehr. Wurde gelöscht. Doch geht. Okay. Jo. So. Weil immer eine neue Farmwelt da ist. Oh. Dschungel. Yeah. Dschungel. Okay. Ähm. Weil eine neue Farmwelt da ist. wird. Werden die Homes. Werden die Homes. Einfach. Werden die teleportiert. Und. Ja. Wir werden einfach an der Oberfläche. Dann werden wir das bauen. Wenn jetzt unter. Die sind glaube ich auch. Keine Ahnung. Aber gut. Das ist jetzt hier. Ähm. Der Ding ist. Ich bin heute morgen alleine. Weiß nicht wieso. Wahrscheinlich weil die Leute auch Schule haben. Oder Arbeit haben. Und. Ja. Es ist auch noch früher morgen. Für die meisten Leute. Gestern sind richtig viele Leute online gewesen. Richtig tausend Dank dafür. Für die die online waren. Und die die einfach meine Let's Plays schauen. Vom Minecraft selber. Ich möchte kurz schauen ob ein Tempel irgendwo hier ist. Oder ein Dschungeltempel. Könnten wir dann auch noch kurz schauen. Aber es ist leider hier nur kleine Wüste. Hier ist nichts. So. Eben. Mein Ziel ist der Mesa Biom. Und. Ja. Wir brauchen relativ. Naja. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt sehr viel Dschungelholz. Aber. Wäre schon gut. Ein paar Kaktus damit. Hier ein bisschen Kühe töten. Oder ein Loot Schwert machen. Ich nehme gerne manchmal die Kürbis. Äh. Die Ding Melone mit. Und esse sie dann. Dass ich nicht zu viel. Äh. Ding bekomme. Also Fleisch essen muss. Wegen dem Hunger. So. Gut. Dann. Machen wir an uns hier ein bisschen Setzlinge zu holen. Damit wir zu Hause Setzlinge haben. Ja. Auf einem Kaktus möchte ich nicht gerne sitzen. Haha. Ja. Jetzt noch ein Wörter. Genau. So. Komm. Bitte Setzlinge. Diese Setzlinge sind von dem Dschungel. Ding beim Zu. Ähm. Selten. Auch vom Ding im Schwarzeichenwald. Schwarzeichenbaum. So. Hier auch noch. So frei sind sie immer am besten. Die Bäume. Vom Dschungel. Oh. 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 Ich möchte noch mehr haben. Weil wir ja Palmen setzen. Also wir werden die Insel ein bisschen schmecken mit Palmen. Und so weiter. Weil es so ein richtig Urlaubszielartig sein muss. Haha. Komm. Mit. So. Mal schauen ob es jetzt schon Setzlinge hat hier. Ähm. Nö. Leider nicht. Ach komm. Setzlinge kommt herunter. 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 Kommen sie herunter hier Setzlinge. Sonst gibt es jetzt eine auf die Fresse. Ha. Wie der Baum so. Dürf wird. Hier. Wie der Baum so. Wie der Baum so. Wie der Wüste. Ach komm. Irgendwo muss doch ein Setzling spawnen. Oder droppen. 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 Die droppen. Droppen. Die droppen. Droppen. Die droppen. Die droppen. Die droppen. Die droppen droppen. Ach komm. Ist langweilig. Wisschen Sandfarmen. Wisschen nicht. Wisschen nicht. Wisschen nicht. Ja. Ein normales Setzling brauche ich jetzt nicht. Da ist noch einer. Wow. Der erste Baum ist am lohnenswertesten. Der hier oben. hat auch ein Setzling. Drei jetzt. Ist das immer noch zu wenig. Noch viel zu wenig. Wenn wir züchten wollen, dann brauchen wir schon viele Setzlinge. Aber wir könnten auch große zuerst züchten. Dann kommen viel mehr Setzlinge raus. Aber die sind hier nicht so alleine. Da unten ist noch ein Setzling, aber ein Eichensetzling. Dann nehmen wir auch mit. Und natürlich schon im Eventar haben. Können sie auch draussen nehmen. Hm. Noch ein bisschen Sand mitnehmen. Wegen dem Glas. Mit dem Glas und ähm. Für die Strände zu machen brauchen wir auch viel Sand. Ja, nicht Telefon. Ich will kein Telefon jetzt abnehmen. Herr Leutchen ruft nicht immer mit dem Telefon an, sondern mit dem Handy. Dankeschön. Aber es ist meistens Werbung oder sonstigen Scheißquatsch. Was mich überhaupt null interessiert. Und also dann bin ich für das Telefon abnehmen nicht zuständig. Ah, es ist gut. Wir haben noch zwei andere Leute im Haus. Also bitte. So. Ich bin am Arbeiten. Ich bin am Let's Playen. Keine Zeit. So. Dann schauen wir mal nach einem Tempel. Haben wir gerade eine Sichtweite. Also. Ah, ich kann wieder. Zoom. So. Schauen wir mal. Gehen wir mal hier hinten durch. Ah, da oben. Dropst du. Ein paar Kühe. Leder brauchen wir ja für die Bücherregale. Das ist gut, dass wir die hier töten können. So. Hier oben ist noch eine. Wow. One Hit. Da drüben. Ja. So. Wir werden hier mal ein Bötchen bauen. So. Ach komm. Stack. Gut. Also. Schauen wir mal an diesem Strand entlang, ob es ein Tempel irgendwo gibt. Noch nichts in Sicht. Bisschen hier rein. Ne. Ja. Die sind sehr selten. Ein Unterwassertempel wäre auch cool, aber wir hätten keine Chance gegen die Wächter. weil sie uns dann noch mit Abbaugeschwindigkeit verlangsam betreffen. Ähm. Das machen wir aber dann bald. Also ich brauche sicher auch ein paar Laternen und Schätze und Goldklumpen. Gold ähm. Dort ist im Tempel. Ähm. Goldblöcke. Okay. Sehr schön. Parkieren wir der hier gleich rechts. An der Nähe des Tempels. So. Mal stoppen. No. Nicht kaputt gehen. Sollte nicht kaputt machen. Plötzlich ist der Werte vorne und geht kaputt das Schiff. Ich wollte doch stoppen frühzeitig. Hier drüben ist der Tempel. Okay. So. Mal nach oben. Gut. Dann mache ich hier mal. Sash. Stell. Home. Farm. Sash. Set. Home. Farm. Gut. Dann bin ich im Nähe des Tempels wenn ich spawne. Ah das ist ein Skelett. Das sind Naskere. So. Die nehme ich mit. Da nehme ich mit. Redstone brauchen wir ja nicht. Wer verbrechen wir mal. So. Nehmen wir mit. Und hier hat es Loot vor allem. Da tue ich mal die Sachen die ich jetzt wirklich nicht brauche rein. Ähm. Frottes Fleisch beim Muster. Stein. Jo. Und einer ist ja noch hier drin. So. Genau. Die Dinger. Ah das sind so geil bei. Ähm. Ähm. Klebrige Kolben. So. Die nehme ich auch mit. Und die Steine hier. Die auch. So. So. Dann gehen wir gleich mal wieder zurück. Sonst gibt es hier nichts, was ich gebrauchen könnte. Ja, genau, die Liefer. Die Liefer noch, so. Okay. So, mal die Sachen hier rein. So, die hier rein. Der Sand mal schmelzen. Die Setzlige tun wir dann unten anpflanzen. Gut. Die machen wir mal rein. Werkbank. Rohes Rindfleisch braten. Und die Goldbar noch rein. Ja. Also, dann gehen wir mal zur Farm zurück. So, und hier irgendwo anpflanzen. Einen zum Beispiel. Wir haben drei Setzlinge. Das ist jetzt nicht so gut. Ich will einen grossen Baum machen. Gehen wir zurück. So, und ich brauche noch ein Setzling. Es ist leider Nacht gerade hier. Aber das muss jetzt uns kein Problem bereiten. da wäre noch ein Baum. Ähm, da wäre noch ein Baum. Es ist ein bisschen dunkel. Fast schon zu dunkel. Ich mache es mal für euch ein bisschen heller. Ja, jetzt ist es jetzt auch so hell wie bei mir. So, weil bei YouTube ist es manchmal ein bisschen dunkel. Da kann ich leider nichts dafür. Und wenn meine Videos zu dunkel sind. Also könnt ihr es gerne sagen, wenn es mal ein bisschen zu dunkel ist. Aber bitte nicht. Weil Sachen, wo es heißt Äh, deine Videos sind viel zu dunkel. Die sind scheiße und so. Die nehme ich überhaupt nicht an. Ich werde doch nicht Leuten helfen, die mich ähm, Leute anmachen. Nur weil die Videos zu dunkel sind oder so. Aber eben manche Leute sind halt auf YouTube so. Die kommen einfach irgendwo in Videos rein und öffnen herum. Aber die sind bald back bei mir. Also solche Leute habe ich schnell gebaut. Einen großen könnte ich sonst noch fehlen. Aber dann fallen die Sets eigentlich immer die ganze Zeit. auf die Bäume daneben. Das ist meistens nicht so gut. Also komm Setslinge, ich brauche ein paar Setslinge. Hallo. Sind die selten? Was ist denn los? Ach, immer noch Eichensetslinge immer. Hallo, Setslinge. Ich brauche euch. Setslinge, ich brauche euch. Dup, 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 dup. Dup, 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 dup. Dup, dup, dup. Dup, dup, dup. Ich habe, bevor ihr euch nicht gewarnt habt. Also wenn ihr jetzt auf dem Server seid und mir irgendwelche, für das Let's Play eine Falle stellt oder so. Weil ich ja mich teleportiere. Ich werde schauen, wer die Falle gebaut hat und ich werde ihn bannen. Also solche Sachen mag ich nicht. Das gibt es schon gut genug bei den kindischen Let's Playern. Ich bin erwachsen. Ich möchte solche Sachen nicht. Und ich werde hart zugreifen. Also einfach als Warnung für die Leute, die meinen, die müssen kindern. Eine Falle dürfte ich mir schon setzen, aber nicht gleich beim Spawn von der Farmwelt. Wenn ihr wisst, wo ich den Farmwelt spawnen habe. Weil ich ja relativ nahe aufnehme und hochlade. Yay, null Setzlinge für Drago. Juhu. Ach komm. Was ist denn los? Wieso spawnen keine Setzlinge? Das ist eine pure Frechheit. Echt? Eine Schikane. Eine Quälen. Eine Quälung. Oh Gott. Der ist auch im Baum daneben. Wieso gibt es eigentlich keine offenen Bäume? Spinne, komm doch mal mit. So. Ah. Du hast was getroffen. Drop. Gut. Ja. Hier noch. Deine. Enden. So. Ja, ja. Du bist hier irgendwo wahrscheinlich im Tempel und, äh, irdisch da. Oder in einer Höhle. Zambi, du bist zu laut. Halt die Schnauze. Hahaha. Oh Gott. Äh, ich bin ein blöder Zambi. Ich mach dich leiser, gell? Ja, die sind sowieso auf 100% ist nicht so gut. Das ist ein Setzling. Yay, drei Setzling. Okay. Prima. Komm, noch mehr. Dann können wir gleich zwei Bäume pflanzen. So, dann ist der Part auch schon bald vorbei. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und, ja. Liken vielleicht doch bitte gerne. Würde mich wirklich, ähm, ich würde mich sehr freuen. Und, ja. Wenn ihr irgendwas zu beraten habt. Mit mir irgendwas wünschen wollt. Etwas fragen wollt. Oder, ja. Einfach diskutieren. Ach, hier ist er. Der ist hinten dran. Okay, da müsste es einer, da müsste es einer gewesen. Okay, gut. Also, danke schön fürs Schauen. Tschüss, Leute.